Vertreter aus 164 Ländern kommen vorrangig zu Verhandlungen über Fischerei, Landwirtschaft und E-Kommerzie zusammen. Doch auf dem Spiel steht nach Ansicht mancher Delegierter weit mehr, die Rolle und künftige Bedeutung der Organisation als Hütehren des freien Welthandels selbst. Aufgebracht hat das Thema US-Präsident Donald Trump. Wir starten in Buenos Aires mit der Überzeugung, dass das System allgemein unterstützt wird, sagte die Konferenzpräsidentin Susanna Malkora vor Beginn. Dies sei bereits ein positives Zeichen, nach Befürchtungen in den vergangenen Monaten wegen des protektionistischen Kurses der US-Regierung. Doch die Stimmung ist nicht überall so positiv, von Fortschritten will ich gar nicht sprechen, sagt ein Teilnehmer. Wir wären schon zufrieden, wenn nichts zurückgedreht wird. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es uns gelänge, die vier Jahre Trump zu überwintern.